Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder und dein Freund fürs Leben. Wir sind schon ein starkes Team. Das gibt's im Leben nur einmal. Mein Name ist Philo. Ich bin seit über 20 Jahren als Magier, Mentalist unterwegs. Hex, Hex. Jetzt wird es zum Jahresende noch mal magisch hier bei uns im Studio. Zauberkünstler und Mentalmagier Philo Kottnick. Es ist jetzt nicht so, dass ich Superkräfte habe. Keanu Reeves war bei mir in der Show gesessen. Paris Hilton, Leonardo DiCaprio. Rod Stewart hatte ich mal. Er war auch Puff Daddy da. Andre Mangold ist ein guter, guter Freund von mir. Ich habe jetzt auf einem Golfturnier mit DJ Bobo gezaubert. Als meine Mutter mich bekommen hat, hat die das Kind bekommen mit so einer Windel am Kopf, also mich, und hat gesagt, um Gottes Willen ist das Kind hässlich. Ich hatte keine Freunde. Das ist übrigens heute auch noch so, sonst wäre ich aber nicht so gut geworden in meinem Job. Keine sozialen Kontakte, das ist ganz wichtig. Das war eines der schwersten, der schwersten Teile in meinem Leben. Tatsächlich saß ich fast neun Monate im Rollstuhl. Neun Monate im Rollstuhl. Rollstuhl. Ich habe mit meinem Fußball damals den Rücken gebrochen als Torwart und da ist eine Welt zusammengeflogen. Also mit 17 war das die härteste Zeit. Das war ganz, ganz schlimm. Sehr, sehr hart trainiert und musste alles neu lernen. Und danach ging es eigentlich bergauf. Ich habe halt Bock, ich habe richtig Bock. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Lasst euch überraschen. Tuck, wo ist er denn? Weggesach.